Jo, hallo, herzlich willkommen ihr hin, Hand und Shoutout, ne Leute, zweiter Teil, Ginny und meine Wenigkeit, Dagonet am Start und, ja, wollen wir mal sehen, ob ich länger überlebe. Also, was ich gerade mal so entdeckt habe, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, es gibt unterschiedliche Art und Weise, das Helm aufzufüllen, und zwar, es gibt einmal ne kleinere Option, in zwei kleinen Steps, die könnt ihr nochmal upgrade, oder einen großen Balken. Kleine Balken hilft euch, wenn ihr, Moment, ich muss kurz was schießen, oh, die schießt voll daneben, oh, du machst das schon, keine Basis, keine Vergiftung vom Vorteil. Alter, ich hab keine Stamina mehr. Okay, der hat doch ein Gitter am Kopf, Melio. Ähm, ja, ich hätt keine Stamina mehr. Oh, hier schwebt der Arm noch rum. Oh, jetzt. Kleine Balken ist von Vorteil, wenn ihr, äh, Feuer oder Gift habt, dann fällt es halt nur auf die Stufe zu runter, wenn ihr euch natürlich in dem Zeitraum davon befeit. Alternativ, ähm, der große Balken hilft euch beim Regenerieren bei, durch andere Schäden weiter. Hat also beides seine Vor- und Nachteile. Wow, das ist ein Lecher. Ich glaube, er ist tot. Jo, ich glaube auch. Mann, das wäre heftig. Wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir auf der Scheiß-Fast geschossen. Oh, das habe ich nicht mehr gesehen, das Scheiß-Fast. Oh, verdammt nochmal. Oh, ich werde auch hier schon wieder... Oh, danke. Ja. Netter Schuss. Oh, oh, okay, also. Altes Spielchen wieder. Ich dreh die Kurbel, du gehst rein. Äh, drin gibt's auch eine Kurbel. Ich bin rein, ich bin drin, ich bin drin. Oh, Licht an hier. Warte, hier gibt's direkt mal was zum Aufdecken. Wofür das ist, hier Teil 1. Jo. Aber aufgedeckt, hier gibt's ein Generator. Ui, 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 das tickt aber, das tut... Wow, ist nicht mehr so groß, ne? Guck dir das mal an. Das gilt. Ne, und wir sind natürlich vollkommen scheiße. Wir sind im dunklen Bereich, das heißt, bis zum Boss zu gehen wäre jetzt schon fast blöd. Weil wir nicht die Ersten da sein werden und dann werden wir weggekämmt. Ungünstig. DJ, schwing mal deinen Arsch rüber, ich will wissen, wofür der Generator da ist. Okay. Damit die lieben Leute das sehen können, schmeißt du das letzte Ding jetzt an. Ach, den hier. Jo. Ich kurbel, ich kurbel. Okay. Wir haben... Ob das eine gute Idee ist? Wir haben Licht, wir haben Licht. So ein Scheiß, jetzt zieht die Welt uns. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Naja, ihr habt keine Ahnung, wofür das gut ist, wir haben das zum ersten Mal angegriffen müssen. Ach, den Vorschlag kann man nämlich mit. Das kann man immer gebrauchen. Ach ja, nicht durch die Ketten laufen. Nein, sobald du deine Waffe anbieten, ist wieder weg. Oh, oh, komm mal her, ich hab was geiles gefunden. Ist das dein Herz? Ob du da drauf drücken willst, ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht, ich kann nicht drücken. Es leuchtet, aber ich kann es nicht andrücken. Das ist vielleicht eine Sache für später. Ich stell' gerade fest, ich hätte Abo kaufen müssen. Ich hab nur drei Schüsseln Reserve. Hm, hast du denn ein Messer? Nein, hat er nicht. Merke, merke durch, das Messer ist meistens, ähm, gegenüber, ja, gegen manche Zombies zumindest, euer bester Freund. Äh, du, ich kann das auch aufsprengen, indem ich, äh, die, Ding hier, glaube ich, lass mal auf jetzt. Lass mal weitergehen. Und schnell weg hier, schnell weg hier, das gibt groß rum. What the fuck? Wenn da einer drin gewesen wäre, stell dir das mal vor. Also, wenn wir bevorzugt ganz andere Dinge vor. Oh, FSK 18, Hüßel. Was, FSK 18? Hä? Wo, was? Und wie muss man in diesen Knumpen hier reinkommen? Hör das eigentlich auch mal aufzubrennen. Ähm, ja, jetzt. Ich würde sagen, die Tür ist offen. Siehst du, die Sprengung war ganz gut. Oh, da ist Muni. Ja, für die Shotgun. Richtig, wirklich, wirklich weiter. Also, hier sieht's aus. Kompakt Camo. Hier sieht's echt aus, mein Gott. Ich bin PUBG, ich drück immer Tab, um zu sehen, was ich looten kann. Ja, ja, ey. Das muss ich hier echt nicht weiter. Hm. Oh Mann, wo gehen wir hin? Gute Frage. Da rechts ist was blau ist. Gehen wir da hin? Da sind wir gerade schon mal durch einen Trab geschossen worden. Das ist ein guter Plan. Ja, was soll's. Ich hör noch keine Schüsse. Also, ich hör noch keinen anderen Spieler. Aber hier sind welche. Mach fest. Steel Water. Naja, stilles Wasser ist das nicht so. Das Platsch zum Neue Durchläufen, ne? Das war ein Schuss. Ja. Von wo? Nord-West, oder? Oh, die alte. Die steht... Die steht doch mal auf! Jetzt steht sie nicht mehr auf. Ja. Wie grün bist du? Äh, da ich mir Hälfte zugeholt hab, hält sich's in Grenzen. Okay. Aber ich bin jetzt gerade vergiftet. Es leuchtet noch grün, der Balken unten. Okay. Ich will mal abwarten, ob wir lange sich das anhält. Ich glaube, ich will wirklich einen Spritze nehmen, damit es weggeht. Die Sicht verschleiert sich bis... Nein, es verliert sich. Es ist jetzt vorbei. Sehr schön. Oh, das ist die nächste. Oh, sehe sie nicht. Da, übrigens rechts klickt, dann Shift drücken. Hilft euch ungemein ganz viel. Das war ja mein... Ja. Nächstes Mal mit einem Schuss, ne? Ja, der wackelt beim Schießen hin und her wie die Sau. Wiggel, wiggel. Das lässt sich ja Gott sei Dank irgendwann upgraden, aber daher, dass der noch Stufe 1 ist. Na. Ach, meine Stufe 7, weil ich heul drum. Scheiße. Hingerichtet von irgendeinem doofen Zombie. Ich brauche verdammt nochmal Munition. Tja. Ich gehe mal auch da unten hin, okay? Ich gehe mal hier unten hin. Ich glaube, hier könnte was sein. Ich nehme mal die Schrotflinte für den Begrüßungsschuss. Boah, hier ist irgendwas. Ja, das ist bei uns. Ach so. Glaubst du? Würde ich mal sagen. Ja, vom Deutsche über uns. Ich mache mal hier die Gatter auf. Juhu. Ich habe Munition auffüllen können hier drüben. Hier liegt auch Munition, irgendein Spezial. Shotgun. Ah, hier ist auch nochmal eine Kiste. Bei mir. Sehr nice. Dann habe ich erstmal wieder Munition. Wenn ich... Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe dich nicht gleich gesehen. Boah, es stimmt, wie es steht. Ich fühle mich nicht mehr ganz so nackt. Jetzt habe ich wenigstens 15 Schuss zum Nachladen. Hm, das Sand hier unten. Tja. Mal sehen, wo es uns hinführt. Oh, weißt du was? Wir könnten glatt ins freie Gebiet und das auf unterirdischen Wegen. Ah, du bist woanders lang gelaufen. Freiland. Ja. Vorsicht, die Klarscheiben. Ach so. Das ist ein Heldkid. Oh, ich habe mich wieder vollheilen können. Du, das ist mein Deck. Cool. Ah, da ist schon wieder so ein hässlicher... Oh, danke. Oh, der kommt nochmal. Oh. Jetzt bleibst du gefälligst mal liegen. Ah, so. Der rutscht runter. What the fuck, ey. Ja, der hat nur einen Schuss. Das ist das Problem. Also der... Ach, diese kleine Schall... Ah, ja. Schuss aus West, übrigens. Okay. Weitlich noch ein Heldpack. Hier oben ist, glaube ich, nochmal Muni. Ja, hier oben ist nochmal Muni bei mir. Wo? Wo? Wo bist du? Da, Kiste, 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 hier. Ich habe noch genug, Muni. Ich habe 34 Schuss. Und nochmal 34 Schuss auf der Knache. Also ich habe genug. Äh. Ja. Hinterrück hat Schüsse. Also eindeutig Schüsse aus West. Wo müssen wir hin? Tja, weiß nicht. Sehe nix. Ich auch nicht. Da, Richtung, da. 15, da, Richtung, ja. Okay. Keine Ahnung, der ist da im Haus drin bestimmt. Lass mal... Oh, shit. Da ist schon wieder so ein Alter. Also bei den Viechern verstehe ich echt keinen Spaß. Die müssen sterben. Ja, allerdings. Die sind auch sehr bösartig. Obwohl der fette, ganz große Fette, der... Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, aber... Der ist auch heavy. Der kann bös zuschlagen, der Kerl. Oh, Mann, ey. Alter, dass die stirbt, ist so ein Fette. Jo. Den habe ich mal umgelegt. Ja, ihr seht ja, das müssen wir können. Wir müssen hier weg. Wir kriegen hier sonst garantiert gleich Besuch. Von hier. Von West. Die würden sich bei meiner Leiche freuen. Ich habe First Aid Kit dabei. Komm bloß schnell weiter, bevor die anderen kommen. Ja. Hol da neben uns. Alter, bleib doch mal stehen. So geht das. Alter. Oh. Du hast es gehört von links? Ja, ja, Nord-West-Richtung. Sollen wir mal hier auf die warten? Könnten wir machen. So, wir gehen mal hier rüber, zwischen die Bäume. So, wir gehen jetzt hier irgendwo hinhocken, verstecken, irgendwas. Oh, cool. Okay, jetzt. Kommen wir nicht rüber. Ja. Rauchen wir mal. Nee. Hörst du was? Siehst du was? Ja. Sie sind schon da, ne? Hm, ich hör's. Ja, ich seh sie, 12 Uhr. 12 Uhr? Ich seh sie noch nicht. Nee, sie seh ich doch nicht. Das sind nur ein Haufen Zombies. Ich seh nur Zombies. Aber die sind schon da, würde ich sagen. Ja. Können wir denn überhaupt noch da hin? Ich weiß es nicht, Junge. Ha. Wollen wir hier rüber? Bist du? Oh, links von uns ist trotzdem noch was. Also es sind zwei Trupps hier unterwegs. Okay. Spielt natürlich insgesamt gegen vier andere Trupps. Ja. Äh, ich hab dich irgendwie aus den Augen verloren. Ehrlich mal. Guck mal nach, äh, Nordost, etwa. Nordost, Nordost. Muss mal gucken. Jetzt mal hier einen weiten Bogen durchs Wasser. Geh nicht über die Brücke. Ich will nicht die Fliege zum Gestalt schießen. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Weil ich möchte verhindern, dass wir die Vorwarn, dass wir aus dieser Richtung kommen. Ja. Also von mir aus Südwest. Hm, ja, ich bin hinter dir, ja. Ich bin hinter dir. Weiß Pferd. Tja. Ich kann's erlegen. Dann haben wir den lauten Pekel nicht mehr, aber dann müssen die, glaub ich... Oh shit. Vorsicht. Von rechts kam hier was. Ja. Ich fühl mich hier gar nicht wohl, wo ich hier stehe. Ich geh mal hier zwischen die Bäume. Okay. Ich steh mal da ein bisschen hinten rein. Hm, was machen wir jetzt? Wir könnten natürlich sie exekutieren. Guck dir mal, wie die schießen, hörte mal. Ich glaub, da ist der Butcher drin, oder? Was ist der? Oh ne, ich schaffte auf jeden Fall so groß herum. Hunde, scheiße, die verraten, nein. Komm, bloß hier, stell durchs Wasser weiter, die Hunde kläppen sie so rum. Machen wir grad ein bisschen Sorgen, was die, die vorher aus Westen kamen. Ja. Oh cool, die ducken und runter durch. Das ist ja geil. Komm, hier. Nein, ich komm. Natürlich kacke, dass sie nichts mischt. Die sind mit so vielen gelben Fässern. Auf der anderen Seite der Farm wird geschossen. Ja. Da ist Gaul. Ja. Müssten hier auf der anderen Seite sein, ne? Ja. Na, nicht durch die Flammen brennen. Wo ist denn ein First Aid Kit? Äh, geht noch. Ich hab... Regeneriert sich mit der Zeit. Oh, guck mal, wir können hier unten drunter durch. Ey, komm mal her. Alter, hier unten. Nettes Versteck. Das war's nicht du. Mit den Ketten, oder? Irgendwas ist durch die Ketten gelaufen. Weißt du das? Ja. Das sind nicht wir. Ich weiß. Wir sind über uns. Es ist gut, dass ich hier runtergegangen bin. Jetzt müssen sie glatt rauskommen. Alter. Ich möchte hier aber gern töten, die Arschgeigen. Du kannst hier rein. Geil. Ach, der Zombie macht die Geräusche. Hier hustet irgendwas. Das war nichts zu verhindern. Hättest du gewartet? Ich wollte gerade mit dem Messer erlegen. Ja, das war Quickscope. Hier bei mir in der Ecke steht noch einer. Ich komm mal zu dir. Ich bin mit dem Messer unterwegs. Hier ist aber irgendwas. 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 Das ist hier am Verrecken. Ja, du kannst ja mal hier hochgehen und gucken, was passiert. Ja, ich geh aber auf der anderen Seite hier hoch. Guck mir irgendwie sicherer vor. Vielleicht liegt da sogar einer. Dann gebe ich ihn in den Todesstoß. Ich bin hier auf einer geilen Höhe. Bist du das vor mir? Was? Ich bin hier oben. Ich dachte schon. Ach ja. Ich dachte schon. Okay, da unten ist nur ein Zombie. Ja, was machen wir? Bleiben wir, machen wir weiter? Frage. Wir müssen nach da vorne. In das Rote. Halt auf Nord. Ja, Nord-Best. 330 ungefähr. Ja. Tja. Oh, das war nah. Guck, dass wir nichts gemacht haben. Was ist denn da hinten irgendwo? Hm. Schon cool, wenn wir jetzt die erwischen. Schwierig. Ich sehe sie leider nicht. Werden die Waffen etwas leiser, dann würde ich da hinten das Fass explodieren lassen. Weißt du? Der Typ hier vorne richtet mich auf, ne? Der Zombie. Ja. Ja. Der da. Wir werden gleich Besuch kriegen. Das steht noch fest. Oh, da ist ein Höllnirsch. Den mache ich weg. Endlich ist es nur ein bisschen ruhiger hier. Die wissen... Die kommen gleich. Was war's das jetzt? Keine Ahnung. Er hat aus Versehen irgendwie rausgetappt. Komisch. Ach, weißt du was? Ich lasse der da hinten das Fass explodieren. Scheiß drauf. Boah, das sieht so geil aus. Boah, das sieht so geil aus. Aus'n Explosion. Ja, wo ist denn die Typen? Gibt dir nicht viele Möglichkeiten? Oh, oh, das ist nicht weit weg. Ne, so gar nicht. Ich seh sie nicht. Ich seh nur grünen Wald. Das ist nicht beruhigend. Das ist so, 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 so auf 30 ungefähr, so, 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 zwischen 15 und 30 da so. Uah, zombie! Hinter mir! Du Sau, du! War mal so frei, ne? Ja. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Oh, sorry, liebe Leute, ey. Sorry, aber. What the fuck? Ich seh was. Zwischen den Bäumen auf 345. Hab ich grad kurz was durchblinken sehen. Okay. Ey, ich hör sie. Oh ja. Boah, da schlagen die Schüsse ein. Die schießen auf irgendjemand los. Vor allem seh ich die Schüsse einstammeln. Ich seh einen, ich seh einen, glaub ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab mal geschossen. Ja. Schwierig. 2-2 wird jetzt ein Teammate geflamed. Warum schießt du mich an? Seh ich sie nicht mehr. Scheiße, ich hätte schießen sollen. Da läuft doch was. Ach nee, das ist ein Zombie. Scheiße. Die sind da irgendwo. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da jetzt was gesehen hab. Es ist schwierig. Fuck, fuck, fuck. Ähm. Ja, was machen wir? Warte mal, da hinten bewegt sich doch irgendwas, oder? Doch, ich seh da was. Warten wir. Scheiße, warum hat er jetzt rausgetappt? Ich hab mich auch gelegt, oder? Da ist doch irgendwas. Auf Null. Da zappelt irgendwas rum. Durch den Bäumen. Nein. Da rechts ist ein Spieler, ja. Tätige ich. Aber ich treff ihn irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Warte hat uns gesehen am Fenster. Vorsicht. Ja. Wo ist er? Wo bist du, mein lieber Verkommel? Wo bist du? Ich seh mich zum Verrecken nicht mehr. Ich seh ihn einfach nicht scheiß so was. Vorsicht, bis vor mir. Ich guck mal, ob ich hier ein Stück rumkam. Keine Ahnung, wo die sind. Das passt mir grad gar nicht. Gito. Hm. Ich weiß nicht, ob das weiße da hinten einer ist, oder nicht. Das ist... Naja, das ist ein Zombie. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Hm. Ja. Interessante Runde, ey. Zu spannend. Und ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist er? Fuck, fuck. Also ich seh irgendwas Weißes da auf ungefähr auf... zwischen 0 und 15 da in der Mitte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur ein Grasbüschel ist. Oder ist das der Spieler ist. Hm. Was machen wir jetzt? Die könnten natürlich so fies sein und hierher kommen. Ja. Hm. Oder sie warten einfach nur draußen. Okay, ich hätte hier ein... Ah, mit viel Lärm verbunden. Seitlichen Abstieg. Wird die Rampe runtergehen. Okay. Ähm. Ähm. Ups. Okay. Ich bin... Du warst runtergeflogen vom... Also ich... Bin drauf... Ja, ich wäre dafür. Guck mal. Wenn du Tab drückst, siehst du im Süden so einen Waggon. Da gehen wir jetzt hin. Ja, Moment. Wird mal ganz... Okay. What the fuck, ey. Wollt's grad sagen? Wollt's grad vorschreiben, wir verpieseln uns jetzt mal in Richtung Süden zu diesem Waggon. Mhm. Bönen Muni auf und escapen. Ne, da will ich nicht rüber. Da stehen noch zwei. Wern weg. Wern weg. What the hell? Komm auf die andere Richtung zu dir. So, jetzt. Ja. So, hier ist eine Supportstation irgendwo. Also eigentlich beißt sie uns gleich in den Arsch. Meinst du, ist das Boot da? Ähm. Keine Ahnung. Ich geh mal zum Boot. Ja, hier gibt's Ammo. Helf. Mir geht's wieder gut. Okay. Dennoch, wär ich dafür, dass wir uns hier irgendwie verpieseln. Ich fühl mich hier grad nicht wohl auf der Map. Die wissen, wo wir sind. Äh. Wir können rechts unten aus dem Map raus, wenn du mal Tab drückst. Okay. Okay, dann wollen wir mal da lang gehen, ne? Der Dicke kommt. Ah. Der steht auf. Ja, ich nehm grad... Ich will grad nen First Aid Kit nehmen. Sorry. Ja, ich hab ihn weggewämst. Okay. Musst du reichen. Alter. Ich hab genauso viel Munizium wie vorher. Komm, wir gehen. Das war zu viel Lärm. Nimm den einen Waggon im dunklen Bereich noch mit. Und ich würd mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Umgebung. Ja. Immerhin können wir unsere Charaktere hier jetzt heil zurückbringen. Ja, für den Fall, dass jetzt einer rumheult. Pussy-Taktik, ja, ist es. Aber wenn ihr sterbt, ist der hochgeschilde. Ist der heikel, denn ihr verliert alles. Alles ist weg. Erfahrung, Punkt. Also, ich hab ein 6er Level vorhin gehabt, einen Spieler, und, äh, der ist dann ja einfach mal so verreckt, ne? Und... Jetzt sei mal nicht so, das ist ja auch jetzt nicht so die Mega-Leistung, ne? Da musst du ja nur eine Runde halbwegs gut abschneiden, dann bist du auf Stufe 6, 7. Ja, gut, aber es ist halt trotzdem recht gefährlich. So, hier gibt's nochmal Amor. Ach, Gott sei Dank, geheilt. Ich bin geheilt, ich bin geheilt. Was? Keine Ahnung, irgendwo liegt einer rum. Ich seh ihn nicht. Hübsch hier, hübsch hässlich. Geht's doch. Hm. Irgendwie mag ich ja diese Schrottfilter, ne? Ein Schuss, ein Problem gelöst. Ach, nur bei dir. What the hell? Äh, naja, schrotzen. Hm, hm. Das Problem ist, du hast halt nur diesen einen Schuss. Ja, ja. Und für große Viecher, du haust die zu, also du schläfst grad mega, ne? Haut halt, also Wucht nennt sich das in manchen Spielen, super geil. Ja. Aber du brauchst halt trotzdem einen zweiten Schuss. Genau. Ja, Shotgun, hm. Ist nicht so mein. Äh, der gehört jetzt aber mir. Warte mal, da können wir vorbeigehen, lass die Lüge. Nein, es geht nicht, ich musste sie ja schießen. Ein Schuss. Ja. Ja, so langsam hab ich gelernt, wo ihr Kopf ist. Hörst du mir suchst, ich bin hier in Deckung. Ja, ja, ich bin da. Äh, ja. Und noch einen Abschluss gemacht. Oh, nee, shit, ey, ich weiß nicht, wo die... Ey. Du hast dich schon immer mal ausprobiert. Was ist das? Äh, ich glaube, das ist für die Nacht.